Ja, aber ich bin mit einer! Sauber! Blinker, Tommy! Jawoll! Danke, Paddy! Der Blinker, Tommy! Der Blinker! Oh, gerade drücken! Du, schau mal nur deine Weste da an! Da wär mir so eiskalt! Mit was für eine Weste? Die nur am Oberkörper ist, weißt du? Du hast so eine Protektorenweste, ja genau! Aber ich hab ein T-Shirt runter, das hab ich mit einer Oberkörper und einen Pulli drüber! Ah, den können wir doch, oder? Den können wir doch! Wie viele Blätter liegen da weg! Auf die Jahreszeit hab ich mich damals immer geschmissen! Ich bin noch nie im Rohrrafen geflogen! Doch, jedes Mal mit der EXC! Zweimal oder dreimal! Da hast du eben voll weggerutscht, gell? Ja, Alter! Da bin ich richtig mal weggerutscht! Boah, das ist natürlich scheiße, gell? Ja, ja, ja! Also, die CSUDIs Fiat, Capri oder Mies? Ja, ja, ja! War das ein Abad? Ja, ja, genau! Wo wir nannten davon, die waren, waren das, sag mal 70% von der Leihfirma, konnten schon nur die Abad zu mieten, dass jeder so ein Abad gehabt! Echt? Sind das so viele? Voll witzig! An jeder Ecke! Ja, okay! Geil! Man weiß nicht, ich fühl's in Deutschland nicht schon gar nicht! Übel, ja! Aber die machen übel geile Sounds! Also, der Sound von den Abads! Krank! Wahrscheinlich schon die neue Season angezeigt, Tommy! Alter, absolut am Suchten grad! Echt? Ja, übel, Alter! Hab' mir voll auf Tüte gekauft! Voll geil! Aber, echt? Ich bin mal voll am überlegen! Ich hab's noch nicht gekauft, aber ich würde mir auch voll! Ohne Witz ist so ein Typ! Hab' zwar noch nicht mehr Spieler gespielt, aber die Grafik ist so krank, Alter! Aber was ich gehört hab' ist, die Maps, die sollen ja so riesig sein! Ja, ein paar Maps, dass nicht alle Maps so riesig sind! Okay! Und man muss halt übelang suchen, dass man irgendjemanden findet! Und dadurch, dass sie so riesig sind, kämpfen sie alle! Schon! Ja, ja! Was halt geil ist, war auf jeden Fall eine ganz normale Map, so wie Raid oder so! Ja, was halt geil ist, dass ja, es gibt ja nicht mehr so einen Season Pass, sondern wenn jetzt neue Maps dazukommen, kann die jeder zocken! Man muss nicht noch mal zusätzlich Geld ausgeben dafür! Das ist geil! Schon entspannt! Boah! Fuck! Hat das doch das Mikrofon gehört? Ja! Tadadadam! Oh je, wie ne! Alter, meine Stimme ist auch irgendwie komplett aus! Ja, gell! Seit gestern Junge! Hast du so rumgeschrien oder was? Ja, weiß ich nicht! Was ist denn hier? Boah, das ist ein Pferd! Ey, da ist ein Pferd! What the fuck! Boah, schlussig! Tom, ich weiß noch, das erste Video hinter der Zeit war ich hier so! Und dann war ich hier so ein Wheelie so! Echt? Weiß ich gar nicht mehr! Dann sind wir nach Lofau runter und da ist es in der Stadt, wo wir haben Zebrasleifen stehen und so Gas geben und so Wheelie und ich dann mich versalte! Ah, ja, ja, ja! Wenn du es sagst! Hahaha, der hat voll auf dich geschaut! Jetzt direkt, die zwei! Direkt! Boah, das arme Kind ist verhindert! Hahaha! 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 Jogi! Jogi! Da braucht sich mein Kills mit! Hahaha! Boah, das sag ich jetzt lieber nicht! Das wäre ein bisschen hart! Hahaha! Nicht im Video! Nee! Hahaha! Hahaha! Jogi! Wie die alle ausmachen! Echt jetzt? Ja, die hat ja so unter Auswarte gemacht! So! Jogi! Jogi! Hahaha! Hahaha! Ich hab meine GoPro vorher! Die lacht ja gar nicht! Ich mach die hin mit dem Brunsch kurz! Aber die hat keinen Akku! Boah! Shit! Mir ist grad voll die fette Fliege an die Scheiße geflucht! Hahaha! Ja! Boah! Ich seh nichts mehr! Blitzer! Das ist echt ein 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 Blitzer! Ich dachte grad! Das ist echt ein Blitzer! Und ein Blitzer? Ah ne! In Österreich blitzen die ja dich von hinten! Und das sagt halt voll so aus, als ob das noch Blitzer wäre! In Österreich ja möge von hinten! Was? Naja klar! Na? Ja! Nicht nur von hinten mein Freund! Haha! Alle Öffnungen! Oh! Nase oder was? Haha! Party! Cool! 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 Cool!